Da kannst du 30 Minuten machen, das hat eine Größe von höchstens 1 Gigabyte. Ah, so geht das viel schneller. Könnten bitte alle Leute einen Reis suchen, in die Gruppe zu schreiben, Dankeschön. Ich muss, glaube ich, meine Minecraft ein bisschen leiser erstellen, wenn ich das mache, weil, es höre ich dich gar nicht mehr. Es regnet, es regnet dich bei dir auch. Nur bei mir ist es helles der Sonnenschein. Also in-game oder out-game? In-game. Cool wäre natürlich, habe ich mir gerade so eben überlegt, wenn vielleicht jeder aufnehmen würde, weißt du wie. Und der andere hat jeweils oben, also ich zumindest, weil es dann auch offen ist, ich hätte dann jeweils oben so eine kleine Webcam, wo ich sehe, was du machst, weißt du wie. Ja, kann man gerne machen. Dann müsste ich dir ja aber rein theoretisch das Video schicken, oder? So eine Bildschirmaufnahme, weißt du wie. Ja, aber wie machst du eine Bildschirmaufnahme rein, wenn du das Video nicht hast, ich müsste dir das Video erschicken, oder was? Nein, ich zum Beispiel, kann man noch Skype aktivieren, weißt du? Wenn ich Skype aktiviere, kannst du doch dein Bildschirm dabei aufnehmen. Das heißt, es wäre automatisch, wenn ich das über mein Let's Play lege, wäre es automatisch im Let's Play drin. Ja, aber dann könnte man nur im Fenstil nehmen, das ist auch nur noch. Weil Skype und Skype, wenn du jetzt im Vollbild spielst. Ja, ich spielst du im Minecraft im Vollbild? Ich gerade ja. Ich bin Minecraft nie im Vollbild, noch nie gemacht. Spielst du eigentlich auf diesem Server mit Shadern? Ähm, jetzt. Ja, das musst du mal machen, und wenn's dann lebendig ist, das sieht so geil aus. Richtig ist ja gemeint, schon viel geil aus. Gut, dass du mich daran erinnern hast. Sehr schön, danke. Bitte. Welchen Shader benutzt du? Ich benutze den... Zeus benutze ich. Ja, ich benutze den Zeus Ultra Motion Blur. Das schönste von mir. Wie der heißt? Ähm, Moment. Ich benutze den schönsten von... Zeus Shader Mod einfach nur. Naja, das ist ja ohne Motion Blur. Motion Blur ist ja bewegungsunschärfe und so, und dann sieht das noch ein bisschen geil aus. Ja. Bewegungsunschärfe ist, ähm, zweischneidiges Schwert, finde ich. Weil, also ich hab's mich zwar dann... Äh, hab mir jetzt zwar aus dem Grunde nicht geholt, aber... Ähm, wenn du bewegungsunschärfe hast, dann lassen sich ganz schlecht Thumbnails damit machen. Naja, das stimmt. Weil normales verschwommen ist. Oh. Das wäre jetzt zwar kein Grund für mich, ihn nicht zu holen. Das sähe jetzt auch nicht so schlimm aus, aber... Ja, ich sag's mal so. Du kannst... Äh, ich muss mir... ...unbedingt... ...Photoshop holen, Alter. Weil ich will... Ich hab ja ab Februar, hab ich ja kein Strike mehr auf YouTube. Yay. Äh, und dann... Äh... ...Fumbna... ...dann würde ich wieder... ...wenn ich Videos mache, dann würde ich die Produktive... ...äh, schön aussehen lassen, als mit Fumbnails und so. Weißt du? ...auf 500%. Ähm, Games miteinander minen gehen und so was. Das ist halt das, was ein Server ausmacht. Und das ist halt auch das, was auf dem Server momentan so ein bisschen... ...durch diesen, ähm... ...Verlust der Festplatte gelitten hat. Was unbedingt wieder hinzukommen muss. Ja, das... ...gebe ich... ...das... ...ja genau, das gebe ich dir vollkommen recht. Heid und Sieg zum Beispiel fand ich mega geil, wo du dich in ein Item verwandelt hast... ...und dann musste der Gegner dich suchen. Oder... ...oder Rush war auch eine mega geile Map. Wo du einfach nur dich zum Gegner, zum Gegner gebaut hast. Solche Spiele. Die machen es aus, ne? Die sind so, ne? So... ...und deswegen baue ich hier ja auch gerade eine neue Map, weil die kann man auch noch im Let's Play mal spielen dann, wenn... ...hoffe ich zumindest, wenn die genommen wird, wenn die gut aussieht, dann kann man die im Let's Play auch mal testen. Ja, das wäre... ...und dann eventuelle Änderungen noch vornehmen, falls er nicht so gut sein sollte. Hm. Kennst du das? Du startest irgendein Spiel und du kannst zum Beispiel das Ubi... äh... des Ubisofts... ...dass... ...dass ich mir da irgendwas anderes nicht wegmachen. ...und dann musst du es dir jedes Mal, wenn du startest, angucken. Ach so! Ja, du meintest, dass dich dann so irgendwie auf dem Bildschirm festhängt, oder wie? Nee, du kannst es einfach nicht überspringen, das ist nicht egal, was du drückst. Ach so, ja, ja. Das, ja, das kenn ich auch. Und das ist nervig. Zum Beispiel, ich kenne diesen Ubisoft Sound, ich spiele jetzt ja sehr, sehr häufig Assassin's Creed 3. Ja, ist ja auch ein gutes Spiel. Das stimmt, da gibt es vollkommen nicht. Äh, egal, auf jeden Fall, Ubi... ich kenne diesen Ubisoft Sound so auswendig. Ok. Ach... Ach... Deswegen halt... Ich hab's gleich geschafft. Hab ich jetzt Bänder? Ja, ich habe Bänder. Ich will keine Bänder. Ich mach keine... Ich mach keine Brote. Okay, das könnte mehr gehen. Hab ich immer noch von dran? Wann? Nee, du kann ran. Ich frage mich, wie man im Gottmord Leben vollern kann, aber okay. Prozent in dieser Gott gestorben ist in Ordnung ungefähr so was wo wir stehen dort geschieht im TS mit gar nicht wissen was ich gerade spiele nein wenn du es schon sagst würde ich es echt nicht wissen nein sonst würde ich vielleicht Werbung für ein anderes Spiel machen, deswegen sage ich das jetzt nicht Werbung für Spiel finde ich persönlich sinnlos weil es gibt keine Werbung für ein Spiel ja okay ich spiele gerade die Black of 2 Story weil die Werbung für ein anderes Spiel ja ne gibt's nicht alles was ich sinnvoll finde was dann ebenso mal eingeführt wurde damals bei spielen dass du die FPS auf dass du die FPS filtern kannst also im Sinne von bei Leute zum Beispiel dass du halt konstant 60 hast das ist sinnvoll weil manchmal sind diese kleinen FPS Unterschiede die du manchmal hast die sind manchmal ausschlaggebend bei Leute heute neue Session gestartet also ich hab gleich mal versucht mich einzurenken und ich hatte einfach so dermaßen Internetprobleme heute das war katastrophal okay ich überlege echt ob ich mir so für für teuer Geld Internetstick hole um auch ordentlich streamen zu können und so hau doch einfach mal was für eine Leitung du hast also was für eine Leitung du hast im Endeffekt weil das du ziehst ja trotzdem WLAN über die Leitung das ist ja ja genau das meine ich ja wenn du dann wenn du dann eine 3k Leitung hast oder sowas angenommen deswegen überlege ich ja ob ich mir einen Stick hole um eigenes Internet zu bekommen weißt du wie so jetzt habe ich das Feld bereinigt jetzt geht's dran da ein Schachbrett draus zu machen ein Schachbrett hat auch genau 10 ja genau 10 gell 42 Figuren hat ein Schachbrett 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 es bleibt jetzt 40 Alter ich liebe es wenn Spiele flüssig laufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja ich kann das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habe ich das jetzt eigentlich richtig verstanden? bin ich in deine Aufnahme mit reingejoint? kann ich dir irgendwas helfen? ne mir mir ist nicht zu helfen weißt du ich wollte erst erst den Screech gerade spielen aber 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 passt perfekt weißt du warum ich kein AC spiele jetzt so? jetzt kommt's weil das Spiel eine geile Story hat und Black Ops die Story ist scheißegal da musst du eh nur schießen da braucht man da kann ich dir dann nämlich zuhören bei bei AC hätte ich eher so auf das Spiel gehört weißt? ich kann leider keinem Rechte geben glaube ich du hast doch keine Rechte auf deinem GS gehabt das letzte Mal ja stimmt eigenes GS wir haben nicht das Recht dazu was? 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jetzt hat mich verzählt, nein! Hä? Warum? Die COD-Ki ist so schlau. 5, 6, 7, 8, 9, 10? Hä? Klopp. Der Spiel ist zu leicht. Klopp. 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 Hm. Ich bin noch da. Ja, ich zähle gerade. 1, 2... Ich wollte gerade nur, wie es noch mehr Internet kaputt ist. Und jetzt hier noch füllen. Ähm. Plot mi. Et. Zeno. Mi. T. Äh, ich kann dir doch Rechte geben. Übrigens. Okay. Zum mitbauen. Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz mein Kräft. 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 Ich habe irgendwie... Ich habe irgendwie... Du hast irgendwie... Einen Fehler drinne. Ein Schachbrett. 1, 2, 3. Boah, die Sonne ist so geil. Boah, die Sonne ist so geil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich mache mir gerade mal im Hintergrund beziehungsweise 3. 5. Das sind... 6. 4. 5. 5. 6. 1, 2, 3. 1, 3, 2, 3, 3, 3. 1, 3, 3, 2, 3. Du musst mir dann auch nochmal sagen, wie ich da hinkomme. Kannst du Creepypasta-Kind herpopen? Bist schon online? Ja, ja, ich bin online. Cool, ne, mein Grundstück ist noch ein Grundstück frei. Never an Mod, S-U-S Mod an Erde, Pika würdest du Creepypasta-Kind zu mir porten? Okay. 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 Okay.